Eine schottische Kathedrale. Ein Ort für einen Fass, oder? Irgendwie nicht. Als Avery hier angekommen ist, war der Ort bereits verlassen. Das stimmt wohl. Und bei dem hohen Kopfgeld auf ihn hat er sich hier versteckt. Moin moin und ein herzliches Willkommen zum Kapitel 8 Uncharted 4, das Grab von Henry Avery. So, elf Schätze gibt es hier zu finden. Zwei Tagebuch-Einträge und eine Tagesbuch-Notiz. Und wir müssen hier erstmal alles abarbeiten. So, ich höre zwischendurch den beiden hier, den beiden Brüdern, immer ein bisschen zu. Schöne Schneespuren. Und nur halbe. Oh, da ballern sie schon rum. So, suchen wir mal den zweiten Schatz. Oh, es muss ein Schock für Avery gewesen sein, als er aus den Tropen hierher kam. Also, das kann ich verstehen. Ja, sicher. Kommt man hier lang irgendwo? Klitzert was? Ja, du glaubst nicht, wie sehr ich die Kälte vermisst habe. Bitte. Aber hier. Ein Schwein. Ein Bronzeschwein. So, jetzt haben wir Schwein gehabt. Da steht jemand auf den großen Knall. Da ist jemand ziemlich verzweifelt. Ich weiß gar nicht, bin ich bewaffnet? Ja. Aber nur mit einer Pistole. Geht's halt hier nur ein bisschen was rum? Nee. Ja. Und jetzt nicht. Wo ist der Weg nach unten? Also hier auf alle Fälle nicht. Okay, das war er nicht. Ich habe gedacht, da kommt dann vielleicht ein... ...Dinge zum ranwerfen. Aber negativ. Wo sitzen wir jetzt hier in der Falle? Wo kommen wir jetzt hier gar nicht mehr rauf? Oh nein! Nein! Das sollte halten. Nehmen wir doch diesen Punkt, um runterzukommen. Was ist denn? Ausgrabungsausrüstung. Schorlein? Was? Da! Feuer frei! Und immer schön umsehen. Damit wir auch nichts verpassen. Warum habt ihr nicht neben der Kathedrale gesucht? Ja, das haben wir. Ein bisschen, aber der Ort ist riesig. Wenn man nicht weiß, wo ist das die Nadel im Heuhaufen. Oder der Sprengsatz im Heuhaufen. So, ich hoffe, ich verpasse hier nichts. Was ist das hier? Die Mönche hatten mehrere Wohnquartiere. Das größte natürlich beim Friedhof. Tja, zentral gelegen. Mehr Schorleinausrüstung. Wenigstens keine Schorleiner. Ja, noch nicht. Gehe ich mal verschwer von aus. Vielleicht haben wir Glück und die jagen sich in die Luft. Ja, noch nicht. Ha, 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 ha. Dingeling, dingeling. So, eine komische Schale. Perfekt. So, alt, damit springen wir doch bestimmt... ...irgendwas in die Luft. Dynamit. Dynamit. Hey, sehr vorsichtig damit, ja? Hey, die Tür ist offen. Das war laut. Hoffentlich haben die nichts gehört. Hoffentlich ist das in den Explosionen untergegangen. Sieh mal, da ist ein Weg durchs Dach. Das ist zu hoch für eine Räuberleiter. Dann suchen wir was zum Draufklettern. Dann suchen wir mal was zum Draufklettern. Kann ja nur wieder eine Kiste sein. Die man bewegen kann. So, ich guck mal hier hinten noch ein bisschen rum. Ja, klar. Keinen glitzernden Punkt hier vergessen. Ach, da haben wir doch schon mal was zum Schieben. Und da haben wir noch mal eine Wand. Ja, gehen wir... Gehen wir lieber beiseite, mein Freund. Warum muss ich mal die ganze Arbeit machen? Mein Bruder, der steht nur rum, macht gar nichts. Mann, Mann, Mann. So, nochmal ein bisschen rumballern. Pass mal auf, jetzt kriegt der erstmal... Yippie! Achtung, dynamit! Oh, mein Gott! Ihr habt gesellschaft! Okay, wenn die kommen, erstmal woanders hin. Habe ich wenigstens nochmal ein Dynamit? Jawohl. Okay, sehr schwer. Also, von da kommen sie auch. Hätte ich mal gucken sollen. Also, hier hinten hin. Dynamit! Hier ist jemand. Ich will sie! Ah! Sie haben uns gesehen! Ich gehe über die Seite! Weg! 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 Ey, eine Trophäa halt! Mit ganz vielen Köpfchen! Weg! 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 Ach, nö, ey. Ich wollte ihn gerade runterziehen. So, ein bisschen Dynamit haben wir noch. Oh, no. Oh, 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 oh. Oh, shit! Was? Hab sie entdeckt! Ich bewege mich außen rum! Ja, sicher! Runter! Man, 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 man! Die kommen tatsächlich von überall hier! Nein, nein, nein! Ja, da, da, da! Ja, eine Munition mehr! Dink, 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 dink! Schaffe Granate! Verledigt! Hauf! Hauf! Ja, hat's auch! Einmal! So, ich werde mal schnell noch ein bisschen Munition sammeln! Und Dynamit! Immer her damit! So, jetzt haben wir auch ein bisschen Munition! Klasse! Klasse! Jetzt können wir uns wieder der Kiste widmen! Ach, eigentlich hätte man die auch hier im Gras alle heimlich umnieten können! Hätte man sich das einmal sterben sparen können! Na, ist egal! Nur zu spät! So, los! Auf geht's! So, gucken wir mal! Mal! Lass mal auf! Hier mache ich mir mal einen Spaß! Cool! Ich bin der Meinung, der Weg ist nicht umsonst versperrt und recht gehabt! Zack! Nächster Schatz ist mein! So, grauchen wir wieder raus hier! Aus dem Loch! Oh, wo müssen wir denn hier hin? Kann man sich denn da tatsächlich festhalten? Oh, fuck ey! Ja, kann man! Hoppala! Hier kann man sich doch nirgendwo festhalten! Höchstens da, auf dem Vorsprung! Okay, meinst du, du schaffst das? Was willst du denn? Von mir hast du das gelernt! Schön, dann lass mal sehen! So! Siehst du? Ziemlich tollpatschig! Haha! Wo? Wo geht's hier weiter? Das kann doch nicht sein, das war doch der erste, den wir hier benutzt haben! Oh! Ach man, hab ich einen Schwein! Also ich bin hier schon ganz richtig! Höchstens! Oh, scheiße! Nächster! Ach, halt. Falsche Taste. Ach, nee. Das war der untere. Zack. Knifflig, knifflig. Okay. Hilf mir hoch. Los, ich zieh dich hoch. Raffi hat gemacht. So, jetzt hier nicht runterrutschen, oder? Halt. Mal gucken. Da ist er. Der Schlafraum der Mönche. Nur ein paar Katzensprünge entfernt. Sag doch sowas nicht. Runter geht's. Das brennt. Das brennt. Das brennt Spaß. Yippie. Das brennt Spaß. Oh. Oh. So, ich guck erst mal hier hinten noch. Ob es noch was Schönes gibt. Wie Dynamit. Äh, ne. Ich nehm die. Die Flinte und Pistole. So. Das brennt. Ja. Das brennt. Das brennt. Das brennt. von den Banditen. Da hinten ist einer zum Beispiel. Ich versuch's mal weiter mit Schleichangriff. Untertitelung des ZDF, 2020 Schade. 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 Ne. War nicht so gut. So, jetzt können wir rüber. Also, hier muss man langsam vorgehen und leise, vor allen Dingen. Einfach so mir nichts hier rein stürmen, ist nicht drin, das sind zu viele. Ah, der guckt, der guckt. So, das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Los, dreh dich um. Was guckt ihr da oben? Passt mir gar nicht. Oh, es geht zurück. Okay. 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 Was ich bloß nicht sehen, ey. Okay. Und weg, 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 weg. Was ist los? Hier ist alles sauber. Hier drüben, ich hab sie! Schnapp sie! Das hast du noch nieder! Ihm hinterher! Achtung! Ich hab sie! Oh, ein bisschen viel. Oh, ein bisschen viel. Oh, scheiße! Ich hab einen mit! Wir holen sie mich! Ich hab sie mit! Ich hab sie mit! Ja! Ich hab sie mit! Oh, scheiße! Das war nicht ohne. Das muss jemand gehört haben. Los, schnell weiter. So, hier werden wir uns trotzdem noch mal kurz ein bisschen umsehen. Bin ich doch, oh, wo ein bisschen was blinkt. So, hier geht es auf alle Fälle nicht weiter. Wo ist der Weg? Oh, hier geht es auf alle Fälle. Nee, nix. Muss schon nach oben lang gehen. Gehen Sie zum Friedhof. Da hinten. Ach, Mensch. Gucken. Gucken nach weißen Rändern. Oh, und dann geht's da hinten weiter. Yippie. Yeah. Nein. Das war... Oh, ich troll. Oh, nein. Ich troll. Kann doch alles so einfach sein. Ja. Direkt hinter diesen Mauern. Nee. Nee. Wir müssen einen Weg herumfinden. Runter geht's. Was erlautert? Das reiche Abloch. Du, ich, Mann. Ich hätte doch fast meine Arme verloren und dann hält der Penner mir ein. Gott, ich hätte ihn noch abgeholt. Der Typ ist unser Boss. Was meinst du, was Nadine mit dir machen würde? Ich habe ihren Befehl befolgt. Trotzdem. Moment mal. Habt was gesehen? Schau doch besser nach. Bin dran. Er ist nicht. Ui, 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 ui. Was war es? Nichts, Bruch. Alles sauber. Schön umdrehen da oben. Wunderbar. Tschüssi. Guten Flug. Wünschen wir ihm doch. Okay, weiter geht's. Wünschen wir ihm doch. Wünschen wir ihm doch ganz gut. Wünschen wir ihm doch.